Freunde, recht herzlich willkommen zurück hier zu Wild West Dynasty. Und ich habe es beim letzten Mal versprochen, ich würde gerne hier ein paar Häuser mehr hinbauen. Warum? Ja, dass wenn wir dann mal Leuten begegnen, dass wir dann halt auch mal eine Menge an Leute einstellen können. Und durch das letzte Mal, durch das Pferd einlagern und auslagern, durch den quasi Cheat, was jetzt immer noch alles da ist, und es auch nicht irgendwie durchs Spiel beenden und starten weggeht. Und ja, es ist irgendwo ein Cheat, aber man kommt ja gar nicht drum rum, wenn man irgendwie Massen an Material mit Pferdchen transportieren möchte. Das geht ja gar nicht. Alles, was du da reinlegst und rausholst, wird ja automatisch dupliziert. Das müssen sie sehr, sehr schnell fixen. Und, weiß ich nicht, ich darf ja eigentlich fast gar nichts mit Pferdchen mehr transportieren. Sonst wird das direkt dupliziert. Ja, ich werde jetzt hier erst mal... Ach so, warte, das ist nicht freigeschalten, nur hier das erste war freigeschalten. Und ein paar Häuschen hier hinbauen. So, noch eines. Genau. Moment. Nee, vor nichts mehr. Und hier oben noch was. So, wunderbar. So. Wunderbar. Und hier oben noch was. So. 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 Also. So. So. Ach, der Anzeige-Fuck hier wieder. So, ich dachte gerade schon, hey, warum? Mach mir hier schnell die Fensterchen hin. Hier vorne kommt natürlich die Türe wieder hin. New Level. Ich muss mich auch hier echt mal ranhalten, dass ich hier ein bisschen leichter werde. Ach, Hammer kaputt. Dann haben wir. Dann Holz haben wir zuweisen und weiter bauen. Ach, genau. Türe bauen, dann kommt hier die Treppe hin. Hey, hey. So, sehr schön. Zumindest mal die Hülle steht. Jetzt kommt die neue Einrichtung. Die fehlt noch. Die müssen wir noch machen. Mal kurz hier dieses Häuschen fertig. Holz. Holz. Türchen. Das ist ganz normal. Drei Fenster müssen ja reichen, oder? Was sagt ihr? Level 1. Warum eigentlich immer Level 1? Da muss ich gleich mal nachschauen. Mal kurz das Häuschen und das andere drüben auch noch. Fertig zumindest für eine Außenhülle. Und dann schauen wir mal kurz nach, warum hier immer Level 1 steht. Ich schätze, es ist einfach immer ein Punkt, den ich dazu bekomme. Okay, die Ecken kann ich wohl nur von außen machen, so wie mir das scheint. Ach, der Hammer ist wieder weg. Wie ist das eigentlich, wenn ich zwei Hammer habe? Funktioniert es dann mit dem Nachrücken, dass wenn der eine weg ist, dass dann der nächste direkt auf den Slot drauf kommt. Das interessiert mich jetzt gerade. Pferdchen. Bisschen zurück hier. Vielen Dank. So, der hier. Gut, der ist jetzt fertig, oder? Sehe ich das falsch? Ach, ich dachte, da mache ich noch ein Fenster. Habe ich nicht. Okay, egal. Wenn man nicht akzeptiert mit E, sondern weg guckt, dann ist es auch vorbei. Eigentlich frage ich mich, vielleicht kann ich das noch ändern. Probieren wir es mal kurz hier aus. Jetzt Fenster 2. Ja, man kann es dann nochmal ändern. Man kann es nochmal umschreiben. Sehr gut. So. 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 Tja, tja, tja Tja, 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 tja Tja, 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 t man dann halt irgendwann komplett stuck ist. Klar, man ist overload und man läuft nur noch langsam, aber dass man halt nur noch gar nicht mehr laufen kann, irgendwie so ab 30 Kilo drüber oder so. Irgendwann ist halt auch komplett unrealistisch, muss ich schon sagen. Die sind teilweise einfach viel zu weit oben inzwischen. Es ist schon sehr, sehr interessant auch mit den Stöcken hier, die schweben in der Luft, aber gleichzeitig hat man am Anfang gesehen, so ein kompletter Baumstamm wird von Winde verweht. Das hat auch schon sehr, sehr witzig. So, das Pferdchen rufen, das wäre auch so eine Funktion, die hier noch rein muss. Also im Endeffekt eigentlich so. Die ganzen Funktionen aus Medieval Dynasteam müssen hier rein. Nur, dass es halt in einer anderen Umgebung ist, die Story ist eine andere und teilweise gibt es natürlich anderes Werkzeug. Es gibt hier Gewehre, Revolver und so. Oder? Da seid ihr doch derselben Meinung. Alles aus Medieval Dynasteam hier rein. Also von den Sachen, die es hier eh schon gibt, dass die hier dann so dieselbe Funktion haben. Muss ja nicht alles eins zu eins exakt gleich sein. So, wegen mir kann es auch so sein, dass ich nie komplett stuck sein kann, wenn ich hier irgendwie überladen bin, sondern dass ich vielleicht irgendwie so mich mit der Durchschnittsgeschwindigkeit hier vielleicht immer bewegen kann. Ja, das kann ja gern sein, auch wenn ich 1000 Kilo wiege. Das wird ja niemand machen, außer er hat irgendwie viel und holt sich das aus dem Lark und läuft irgendwie ewig langsam wohin, um von dort aus dann weiter zu gehen. Aber ansonsten macht das ja niemand. Weil so für mich ist halt auch, ähm, ihr habt es drüben gesehen, ich habe teilweise auch Hölzer so auf den Boden gelegt, weil wenn ich da was im Pferdchen drin habe und ich hole es raus und stelle dann fest, oh, jetzt bin ich über den 75 Kilo, jetzt laufe ich so langsam. Ich kann das ja nicht ins Pferd, also ich kann es schon in die Pferdchen reintun. Aber wenn ich es dann beim nächsten Mal raushole, ist es ja wieder das Doppelte. Und so werde ich ja immer schwerer und schwerer und ich habe nie wirklich eine Chance leichter zu werden. Da drehe ich mich ja komplett im Kreis. Deshalb ist es eigentlich schon eher so, okay, vielleicht packe ich doch lieber gar nichts ins Pferdchen rein, sondern palt alles bei mir. Ich gehe dahin in Holz. Ja, irgendwann bin ich Overload. Aber das Pferdchen juckt es ja auch nicht, wie schwer das ich bin. Das müssen sie halt auch noch fixen. Und bis dahin, ja, da nutze ich halt nicht den Inventar des Pferdes, sondern einfach mein Inventar und die schnelle Reitgeschwindigkeit. Oh, da haben wir mal wieder daneben geklickt, aus dem Fenster raus bin. So. Gut. Und hier hinten noch. Sehr schön. Das nächste Haus fertig. Dann haben wir hier vier Häuser. Das ist halt die Frage, was können wir denn noch so bauen alles. Betten. Ah, da fehlt mir ein bisschen. Da fehlt mir so eine Rabbit vor. So ein Regal. Was ist denn das eigentlich? Das ist doch so eine kleine Wiege für ein Kind. Komm. Komm, wir platzieren mal eins. Ich denke, dass es das ist. Beds. Äh, nö. Ein Schaugenstuhl könnte es ja auch sein, aber wo finde ich denn das hier drin? Im Übrigen war jemand, der in den Kommentaren gefragt hat, nee. Ich kann tatsächlich bis jetzt auch noch keine Kiste oder so bauen, nur so ein Pucase. Nö. Es geht gar nicht. Okay. Da gucken wir halt mal so Produktionen. Blacksmith. Stimmt, wir können inzwischen so einen Blacksmith bauen. Wie machen wir denn das? Ich habe ja gesagt, hier so eher Häuser. Machen wir hier so ein bisschen Industrie hin, hätte ich gesagt. Da hinten dazu ist dann Felder vorbei. Machen wir den mal kurz fertig hier. Dann, oder brauchen wir noch was? Ich glaube, ich baue noch was und dann kann ich euch gleich mal zeigen, wie sich die Felder verhalten haben. Da muss mir auch noch ein bisschen was gefixt werden. So. Mal ausrüsten. Gut, Blacksmith ist fertig. Mach ich denn hier vielleicht auch so eine Rundstraße einmal. Dann können wir in der Mitte auch noch ein bisschen was hinbauen, wenn das baulich irgendwie geht. Die Tierfarbe. Machen wir mal die hinteren Blacksmith hier hinten raus. Machen wir hier so einen Weg zwischen rein, hätte ich vielleicht gesagt. So. Was können wir denn noch bauen? General Store. Ein Sheriff. Oh ja, ein Sheriff. Der muss hier mitten ins Zentrum rein. Oh, jetzt ist er weg. Okay, der geht hier wohl nicht. Dann baue ich den vielleicht sogar auf die andere Seite Richtung Lagerfeuer. Aber hier würde er gehen. Komm. Waren wir den mal schnell fertig. Hauptsache ich werde wieder leicht, ey. Nie wieder so schwer. Das ist schon eine Qual irgendwie. Wobei ich muss natürlich auch zugeben, für mich ist es so, ein bisschen die Möglichkeit, ein bisschen zeitlich was aufzuholen. Vielleicht ist das, dass ich jetzt in der letzten Folge eine große Menge an Ressourcen dupliziert hatte, weil ich dann halt nicht die ganze Zeit den Wald muss. Holz herstellen und Holz fällen und bla und bla und bla. Das ist definitiv. Aber trotzdem will ich auch in den Wald gehen und mein Holz selber machen. So. Schau mal. Hat mir nicht noch was gesetzt? Ne, nur die zwei Sachen. Schauen wir nochmal. Ach, einen Stall gibt es auch noch. Okay. Schauen wir hier noch neben hin. So. Den Rest kann ich dann nach der Folge voll ins Lager packen, weil ganz leicht werden wird eh nicht. Dann kann ich ja noch so viel bauen hier. So. Können wir dann eigentlich auch irgendwie Wege bauen? Das sieht nicht so aus. Warenhaus haben wir ja schon. Produktionen. Ich habe tatsächlich schon eine gebaut. Ja. Das war ein Barn. Eine Scheune. Die steht da oben. Aber die anderen, die kann man ja nur da bauen, wo es tatsächlich halt auch ist. Äh. Camp Utility ist ein Shed. Pantry. Pantry Open. Rapid Hatch. Sowas können wir noch machen. Da muss man schauen, wie man Wege anlegen kann. Ganz dringend. Pantry Open. So. Ist das irgendwas für Hühner oder so? Ja. Irgendwie sowas. Muss ich mal schauen, wie weit uns dann noch Tiere zulegen können. Also der Bände, die kann man sicherlich auch irgendwo kaufen. Jetzt nehmen wir hier so ein bisschen unser Tierbereich. Gut. Ich würde sagen, wir laufen mal schnell hoch. Eigentlich ist das mit dem Sheriff ganz clever. Wenn ich einen Sheriff habe, bevor die die Banditen wieder einschalten, dann kann nämlich der so meine City verteidigen, während ich weg bin. Da hinten. Genau. Ihr seht jetzt den Mais. Der steht noch da. Der ist gewachsen. Aber die anderen Sachen, die am Boden waren, die sehen wir nicht mehr. Ich weiß nicht, ob der Mais irgendwann auch noch verschwindet. Da müssen wir uns überraschen lassen. Aber erinnert euch. Ja, guck hier. Also das Unkraut kam wieder durch. Hier hatte ich ja irgendwie Kürbis, Kartoffeln und so reingemacht. Ist halt alles weg. Klar kann ich hier interagieren. Irgendwie passiert jetzt gar nichts. Wo war denn das? Ging es nur mit der Hau in der Hand? Na, geht nicht mal gerade. Seltsam. Vielleicht ist es auch einfach kaputt gegangen. Gut. Äh. Ja. Ich würde sagen, das war es mit der Folge. Seid gespannt, was ich als nächstes mache. Hier so ein bisschen Dorfzentrum. Mein Haus. Da geht es dann mit Produktionen los. Da ist der Sheriff. Da ist Lagerhaus. Da sind die Häuser. Und dann ist da hinten dann die Stelle. Müssen wir hier noch schön Wege anlegen. Wenn wir das irgendwie können, müssen wir noch rausfinden. Ja. Ich würde sagen, das war es. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis nächstes Mal. Eueretis. Ciao, ciao. 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 Ciao.